Willkommen beim virtuellen Campus der KSB, den das Projekt SOLG als Social Online Learning Community entwickelt. Aber was ist der virtuelle Campus eigentlich? Kurz auf den Punkt gebracht ist der virtuelle Campus eine Webseite mit dem digitalen Nachbau des echten KSB Campus als interaktive Karte. Hier kann ein personalisierter Avatar herumlaufen, Lehrende und Studierende treffen und natürlich auch in Vorlesungsräumen an Videoseminaren teilnehmen. Dabei bewegst du dich als Avatar, dem sogenannten VOCA, völlig frei über das virtuelle Gelände der KSB. Die Steuerung erfolgt klassisch über die File oder WASD Tasten. Über einen Touchscreen am Tablet oder Handy ist die Navigation ebenfalls möglich, aber nicht so komfortabel. Wir empfehlen einen Laptop mit Maus und Tastatur. Das Besondere im virtuellen Campus sind die erweiterten Möglichkeiten zur Kommunikation. Treffen sich zwei Avatare öffnet sich automatisch eine Videokonferenz, wenn du nicht im stillen Modus über den Knopf hier oben links unterwegs bist. So sind spontane Gespräche einfach ohne Vorbereitung möglich. Wenn du in einem Seminar bist oder dich zum Lernen mit deiner Gruppe treffen möchtest, dann geht ihr in den Vorlesungsraum oder setzt euch mit den Avataren an einen Gruppenarbeitstisch und tauscht euch aus. Möchtet ihr zwischendurch hören, was andere Gruppen besprechen, dann verlasst einfach eure Gruppe und geht herüber zu einem anderen Tisch und setzt euch dazu. Ihr nehmt automatisch an der neuen Gruppenkonferenz teil. So könnt ihr euch spontan mit anderen austauschen, wie im echten Leben. Innerhalb des virtuellen Campus habt ihr über den Moodle Knopf hier oben links jederzeit Zugriff auf eure Seminarmaterialien. Darüber hinaus könnt ihr verschiedene digitale Werkzeuge nutzen, wie zum Anfang hier das Etherpad der KHSB. Wir freuen uns auf euren Besuch auf unserem virtuellen Campus. Nutzt dazu den Link visit.solk-ksb.de Ihr findet ihn nochmal in unserer Videobeschreibung oder in der ausführlichen Anleitung auf unserer Projektseite unter dem zweiten Link solk-ksb.de Solltet ihr weitere Fragen haben, sprecht uns gerne an oder schickt uns eine Mail unter solk-ksb-berlin.de Bis bald!